Ah, weißt du, was der Marcel macht? Er schwimmt genauso wie wir, Lava und... und lang. Naja, vielleicht haben sie auch Feuerresistenz-Ding. Ja, aber warum haben die alles, was wir haben oder nicht haben? Die haben viel mehr als wir. Ja. Ja, finde ich irgendwie nicht so fair. Weil sie mich verlieren wollen, kann ich auch immer. Komm, 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 schwimm, schwimm, ich habe nicht mehr viel Zeit. Denn dein Feuerresistenz-Dang hält auch nicht... für ewig. Hey, ich glaube, ich bin gleich oben. Ja. Ich brenne mal eine Weile. So, dann nehmen wir besser noch einen ein. So, so, so. Feuerresistenz-Dang schmeißen wir uns noch rein und dann schwimmen wir in Lava. Weil es zu schön ist. Und essen einen Apfel in Lava, der nicht verbrennt. Ist ja nur ein Lava-Apfel. Juhu, ich bin nächste Etage hoch. Und bin auch gleich bis oben. Au. Ich habe TNT in der Hand, was nicht hoch geht. Jawohl, die sind schon weiter oben, gell? Ich weiß, ich bin auch gerade auf dem Weg hoch. In der Schwerte. Und da hoffen wir auch. Jawohl, wie geht denn das? Die schießen irgendwie um die Ecke durch die Lava? Ja, ich weiß, die können einfach um die Ecke schießen. Sixth Level. Es gibt sie... Ach, die werfen Tränke runter. Du stirbst jetzt sicher auch. Ich sehe es nämlich gerade. Ne, ich werde abgeknallt. Ja, komm, du dummer Hund. Renn halt in die Lava. Komm, komm, komm. Danke. 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 Du bist so ein Idiot. Was hat er denn gemacht? Der hat mich schön zu denen gestupst. Ich bin nämlich ganz nah am Ende, ey, schätze ich. Na klar. Ich glaube, es hakt. Und ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Es regt mich auf. Es regt mich einfach nur auf. Nicht nur dich. So, neu ausrüsten zum fünften Mal. Zudem, das ist echt, bin ich hier noch gar nicht gestorben, fällt mir gerade zu ein. Tiki. Spawn Creeper. Warum müssen wir das jetzt so aufweilig, dass wir Creeper haben? Ich spaw, ich habe auch schon Creeper mitgenommen, aber ich wollte oben welches spawnen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, stimmt, die haben ja magische Pfeile und magisches allerlei. Mit denen sie uns mit einem Hieb-Stich-Schuss töten können. Ist ja ganz legitim. Für die heutige Jugend nichts Neues, dass die allen möglichen Mist haben, den wir nicht haben dürfen. Von bei mir sieht es gerade aus, als ob die nicht mehr werden können. Hä? So was wie Flachwässer oder was? Ja, ja, die haben bestimmt einen Bufferfly, äh, Bannerfly irgendwo. Bufferfly. Ach, nee, warte mal. Mir fällt gerade was ein. Wetten, die haben das in der Spielejahrt. Wir haben hier Springerflüge. Ja, genau. Springerflüge vielleicht anziehen können. Das zählt doch auch dazu, hat er gesagt, gell? Ja, ja, ich gucke auch gerade. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Aber, naja. Nein, du gehst, du lägst ab. Nicht das nur auf die Idee kommen, jetzt zu folgen. Aber ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, weil sonst werden wir das verteidigen, oder? Ja, ich gucke trotzdem mal nach. Nur so, zu Sicherheit. Ich meine, es wäre ja schon recht dämlich, aber... Also hier stehen schon mal in Ruhen. Aber, nee. Das erste Haus ist also sicher. Da ist kein Ende, ey. Oder Drachenei, ist mir jetzt auch egal. Ein Bett. Ach, ich lege mich das mit Schlafen. So. Ach, hier steht ein Portal. Ist ja ganz interessant. Gut. Gut, gut. Gut. Gut, gut. Gut, 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 gut. Hä? Wie geht das? Hey, hier sind ganz viele Sachen drin. Jetzt gibt's Diamantrüstung, Schwert und Wasser. Geile Sache. Gleich mal klauen. Okay. Was gibt's denn hier noch Feines? Ganz viele Musikboxen. Ganz nutzlich. Wohin führt denn das Portal? Welches? Das, was du gesagt hast, was es dort gibt? Keine Ahnung, steht einfach nur groß gut drauf. Ich will's aber auch nicht benutzen. Ich renne lieber mal wieder auf Minas Tirith zu. Geh, geh in die andere Richtung. Ich komm dir hinterher. Weißt du, was ich vergessen habe? Oder hab ich die mitgenommen? Nein, hab ich nicht. Die Feuerresistenz trinke. Ich hab auch grad keinen dabei. Schön. Da werden wir ja richtig weit kommen. Hast du ja wenigstens Leitern oder irgendwie was in der Art? Äh, Enderperlen. Ich scheiße auf Enderperlen. Die Dinger benutze ich nie wieder. Die ziehen mir nur unnütz Leben ab. Das kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen. Ein Feuerresistenz-Tag. Mitgegeben. Hey, wir haben Clownstone bekommen. Ich kann's nicht fassen. Wir haben Clownstone bekommen. Und den dürfen wir lieber benutzen. Und Stein haben wir auch bekommen. Und Steinplatten auch. Und Knochen. Oh, Knochen. Die kannst du Knochen geben. Hey, das kann ich nicht machen. Die kannst du einfach Knochen geben, dass sie sowas machen. Und Redstone Verstärker und Knöpfe. Die verwöhnen uns ja hier halt. Ey, das soll denn der Quatsch. Das soll der Quatsch war. Ne, die senden uns ja, schicken uns in unsere Truhen hier so ein Quatsch. Also hier so, äh, nee halt, was war das? Ich gucke nochmal rein. Steine und, äh. Redstone, Clownstone. Ja, weil man das nicht mehr benutzen dürfen. Das ist sehr schlau, Leute. Sehr schlau. Ich benutze mal so einen Traktor-Schnelligkeit. Sieht sich aus, als sie möchte, die benutzt. Ähm. Wir können doch die Enderpern nehmen, die nach oben schmeißen, dann werden wir drauf. Nein, ich benutze keine Enderpern, weil die mir Leben abziehen und ich dann immer draufgehe. Wenn die nach oben schmeißen, dann wird es nicht gelöst. Ich verliere andauernd Leben. Ich verliere mich, dann wird es nicht gelöst. 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 Bestimmt so. Ja, bei mir sind es immer an drei bis vier Herzen oder fünf oder zwölf. Bei mir aber auch. Also ich bin das Zeug einfach nicht. Ich gehe dann lieber die normalen Wege und habe gerade eine Treppe gefunden. Ich gehe jetzt mit Wasser hoch. Ja, ich auch. Ja, weil ich mich auch immer so dabei. Vor allem, warum man dafür keinen Wasserresistenzdrank? Ha, ich bin nicht so schnell. Ach, ich bin jetzt hier hoch. Ich habe eine Schaufel dabei. Wenn sie uns eine Schaufel geben, dann werde ich die auch benutzen. Wenn sie uns eine Schaufel in die Truhe tun, dann hat das einen Sinn. Ich verfolge dich mal. Wo ist die Treppe? Verdammt! Fail! Zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ja, dem war ich. Geh mal weg. Oh, hier ist ein Schwald. Was habe ich gerade gesagt? War so klar, dass er wieder in die Ritze fällt. Ne, ne, ich bin nicht reingeflogen. Warte mal, ich packe hier Wasser ran. Wasser, 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 Wasser. Wasser. Fop. Aber ehrlich, sie haben uns eine Schaufel in die Truhe getan. Alle, die zuschrauben, was würdet ihr tun? Würdet ihr euch hier sinnlos fünf Minuten lang herumschlagen? Oder würdet ihr schnell die Spatier mit eurer Schaufel zerstören und mal schön hier die Treppe hochlaufen? Eure Meinung bitte. In die Kommentare. Ja. Oder ins Abo. Mein Name ist FrankenHunter7857. Ich bin ein Alex-D-O-Fo. Also ich wollte die Schaufel nicht verrenten. Weil was ist das, wenn ich ein Cheat bin? Das ist kein Cheat, wenn sie es in die Truhe tun. Wäre meine Antwort. Mein Name ist... SupercrazyFrog98. Ich bin nicht verrenten. Oh nein. Ich bin kein Cheat. Aber ich kann mir schau mal, dass ich das auch immer mache. Weil, naja, du bist nicht einfach krüge. Danke für deine Unterscheidung. Ich bin der Besitzer des Anett. Wenn du die Scheiße jetzt benutzt, kommst du raus. Ähm, habe ich einen Bogen? Ja, ich habe einen Bogen. Warum habe ich schon wieder Hunger? Das ist ja nur am Dauerfressen hier. Nein! Wer hat mich gerade die Runde geschossen? Ist ja niemand mit Bogen. Nee, sowieso niemand. Äh, schießen sie jetzt schon aus 20.000 Kilometern Entfernung? So, mach mal das. Ey, ich bin doch schon Level 3 gelb. Ja, super. Warum habe ich ja vorhin... Jawoll, die haben ja alles mit TNT gesprengt. Hallo? Jetzt haben sie es gesprengt. Weil ich sehe, das ist auch mit dem Lager ein. Die Helden. Ja, ich habe also dabei, da haben wir. Hä, die gibt noch mal. Seit wann stirbt man, wenn man so ins Wasser springt? Ja, kommt drauf an, wie tief das was ist. Es war... Irgendwas ist ein Penner. Geh da rein. Gott. So, wir müssen irgendwie andere Richtung suchen. Wie wäre es hiermit? Ich weiß, was ich jetzt mache. Was haben wir denn TNT? Das ist doch zum Kotzen. Machst du jetzt alles mit TNT zu und zündest du an, oder? Nee, aber ich hätte mir einen Gang nach oben gesprengt. Irgendwie... Irgendwie willst du hochkommen? Na. Das sind ganz banale Fragen nebenbei. Lass mich das mal machen. Aha. Die haben alles mit Lama hier zugemacht. Hallo? Ach, er findet sich wieder aus. Ja, wir dürfen sowas! Da würde sogar meine Großmutter gewinnen. Die kein Computer zockt. Ja. Die gar kein Computer hat, aber trotzdem würde ich gewinnen. Nichts ging mir gut als die Commodore 64 mit Pong war. Das war der 1A Grafik, das das Spiel hatte. Hast du zu euch? Nichts ging mir gut als die Commodore. Achso. Mit Pong war ich das gellste Spiel ever. Ich meine die Grafik, die Story. Die Story kann gut. So, jetzt beginnt es nach oben springen. Hast du eine Leiter dabei oder irgendwas? Nö, aber Wasser. Wasser. Oh. Das kann was werden. Ja, wie gesagt, wie willst du doch hoch... Achso, Wasser. Okay. Okay, ich bin bei dir. Ich habe auch TNT dabei, massig. Aber weißt auch, wie viel TNT gleich weg springt. Deswegen habe ich gerade Oh gesagt. Oh. Oh. Ach, da bist du. Denk dran, nach oben, nicht zur Seite. Ja, aber... Komplett nach oben war. Machst du, willst du da hochkommen. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab ne Idee. Folgendes. Ein paar Blöcke weiter oben befinden sich doch deren Kanone, ne? Irgendwie muss es dazu ja einen Zugang geben. Würde ich nur so ganz banal behaupten. Stimmt. Hast du noch Wasser? Ja. Werf mir mal ein bisschen Wasser her. Ich versuche mich jetzt mal da hochzukriegen. Danke, reicht. Ja, nimm mir alles weg. Danke auch. Ja. Okay. Okay. Viermal. Okay. Könnte vielleicht sogar reichen. Okay, wie... Wie mach ich das jetzt? Ah, gar nicht. Da komm ich nicht hoch. Dann suche ich mir mal einen anderen Weg. Wo führt dieses Wasser hin? Heiß. Kalt, nass. Ah. Ah, okay. Jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Jetzt muss ich das ganz... Perfekt. Oh, perfekt. Komm mal. Komm mal hierher. Hierher. Ja, ich hab... Ich hab was gefunden. Ich komm mal perfekt da rein in die Kanonen. Ich bin noch gerade drin. Was ist auch drin? Ich hab mir gerade den Milch freigesprengt. Ah, okay. Ach, hallo. Servus. So, vorsichtig ist Lava. Ich würd's nur mal gesagt haben. Ne, und schubst mich nicht. Ich mag das nicht, wenn man mich hier bei Lava schubst. Okay. Okay, okay. Perfekt. Was haben wir hier? Ganz viel TNT. Nehmen wir mal mit. Und vorher sollte ich mich auch nochmal mit. Und hier ist eine Leiter. Die führt nach oben. Wer hätte das gedacht? Und hier ist noch eine Leiter. Und die führt noch weiter nach oben. Und diese Leiter, die führt nach oben. Zu einer Truhe. Und da befindet sich eine Diamantschaufel und Lehm. Ich nehm die Diamantschaufel mit. Und befinde mich gerade in einem Raum voller Nichts.